Nein! Soll ich füllen? Soll ich füllen? What the fuck? Was denn? Wofür habe ich ein Schild, Mann? Ich auch. Er hat uns beide gefickt. Was war das denn? War der letzte? Lass uns vor, bitte. Wo ist der denn? Geh vor, guck. Er ist da. Mit Sicherung des Behälters von Haaren, sobald die Bedrohung neutralisieren... Wie geht's? Scheiße, scheiße. Was wird das im Raum los? Immer Double Down. Wir müssen das jetzt so richtig bearbeiten wie damals, die MV2-Montagen. Ja, dubstep so unten drunter legen. Ja. Ist das Alex oder? Nicht Alex. Ich leade mein Magazin! Drei. Einer ist unten mein... Was machst du davor, jo? Eine Schlange. Bei mir kommt einer, ruhig. Bei mir kommt jemand, jo! Irgendwo wie laut bist du? Das ist aus wie... Ich hab keine Ramor. Alter! Ich hab mir die Puschel-Arboppe. Ich hab die Puschel-Arboppe. Ich hab die Puschel-Arboppe. Das ist nur ein Kitz. Dann gib ich hier 100€. Los geht's! Leute, du kommst bei mir! Wir werden niemals wissen, dass du voll da kommst. Komm zur Hilfe! Ich hab fragile es nicht, ich hab einfach verloren. 12 Sekunden. 11 Sekunden. 7 Sekunden. Ich hab alte Bombe lokeriert. Er plantet doch! Er plantet doch! 11 Sekunden haben... Ar concern! Du bist so ein Spastjörge. Du bist so ein Spastjörge. Wo ist so ein 100 Euro? Was war das da in einer Bar, Alter? Ich hab nix mehr nüchternes. Das ist echt nix. Was ist die A- Oh mein Gott! Alright, alright, alright. Vielleicht ist es schon da? Ist auch Fofio, da ist jemand. Oh Grandade! Walladiab, walladiab die Erladung! Ja, hab ich. Ja, da kommt jetzt nicht durch Wurfe. Lol, hier ist jemand. Er war einfach das Spastjörge. Zivier! Zivier! Oh Jäger ist... Zivier! Null. Ich werfe eine Stütze, aber leider. Ich werfe eine Stütze, aber leider. Ich werfe eine Stütze, aber leider. Null. Ich hab die... Null. 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 Und noch einen. Wurr. Wurr. Null. 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 Null! Jetzt! Wiev- Jaaaahhhhhh Alter! 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 What?! Alter! Alter! Hahahaha! Wenn das nicht behandelt war! Jörgge! Oh, this is you crazy mother- Bis zum nächsten Mal.